ja und damit herzlich willkommen hier zur sechsten folge von pokémon feuerrot ja wir sind hier zum letzten stehen geblieben haben den trainer leider hier besiegt und jetzt machen wir einfach mal weiter ja gestern kam mir die god of war folge leider ein tag zu spät aber ja hauptsächlich ist das nicht so schlimm so jetzt gehen wir mal hier lang da können wir nicht durch okay was haben wir hier so ich leite dieses präsentieren soll ich eine der kohle 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 welches brauchen wir denn nicht henry henry okay so jetzt haben wir jemanden der sich um uns ein pokémon kümmern ähm haben wir ja sonst irgendwo irgendwas ähm nein k was haben wir hier so in dem graf ein top boi ähm siki na komm schnell 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 Marcel erreicht level 11 okay so jetzt haben wir den neue ähm attacke gelehrt zum guten Marcel deinen mauzi ähm ... ähm danke ... ... ... oh gott das ist so knapp ... komm komm schon komm schon komm schon Ja, mein Mauzi. Und zwar, möchtest du dem Mauzi einen Spitznamen geben? Gerne doch. Und zwar, ähm... Carlo. So. Zu jeden Fall ein guter Name. Oh, ein Myraplan. Ha. Na gut, Debtliff. Ssssss. Äh. So. Okay, Leute, ich geh jetzt nochmal... Ah, wohl, da brauch ich keinen Schnitt machen. Zack. Okay. Schnell ja lang. So, leider, jetzt reicht's. Schnitt. So. Ach, da wärmer jetzt. Jetzt geh einfach mal hier rein. Ich schiebe hier Wache. Oh, ich bin so lustig. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. Halt, stopp. ne? Ich verwache den Durchgang, ja, ja. Was machst du so? Besitzt du einen Niederrahmen? Nö. Ja, eigentlich besitze ich ja einen Niederrahmen, aber das hat jetzt dieser Typ. Ich geh jetzt einfach mal hier lang. So, Leute, dann wären wir hier stehen geblieben. Ähm. Geben wir einfach mal ran hier raus. Rote 6. Okay, ich schneier's mir hier rein. Ich will dann Maulzie. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass mein, ähm, mein Marcel ein bisschen zu schwach ist. Ähm. Pokémon wechseln. Sie. Komm schon. Zack. Und zack. Okay, wer seid ihr? Äh. Ruckzuckli. Oh Gott. Zack. Oh! Überall! Ja, überall! Da ist das ganze... ...und so blöde Maulzie, Alter... Ähm, was hat Karlo eigentlich? Mach hier. Windstoß. Ja. Ja, ja, und zack. Jawoll. Na klar, so. Oh. Komm schon. Wenn ich mach nochmal kurz einen Schnitt. So, Leute. Weiter geht's. Äh, nein. Denn da ist kein jemand bei mir ins Zimmer gekommen. So wie darf ich. Ähm, abwarten aber. Sehr gut. Und jetzt weiter hier lang. Orania City. Schnell Pokemon heilen. Zack. So, jetzt mal in die Häuser hier reingehen. Da bist du. Und der Profi anwescht. Ich liebe die Aschle. Damit du auch gerne klar hast. So, so ist er halt eine Angel. Geil. So, gehen wir mal eine Runde angeln. Ähm, da. Ähm, da. Äh. 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 Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ich bin- Ich bin Kaper-Door. Komm schon. Ja. Oh nein, ich bin diese legendäre Attacke. Zu lang hab ich dafür gekämpft. Komm schon. Ich bin Kaper-Door. Statement Now Magikarp, are you ready? Up problem một ch비 cắp 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 cắpja H y I ja Ja, wir haben das legendäre Pokémon. Ja, ich... Ich nenne es... ...Legend. So, jetzt haben wir die Legende. Wir haben das beste Pokémon im Spiel. Leute, wir haben es einfach. Das kommt doch gleich in unser Team. Da ist es. Und zwar für... ...ähm, den hier. So, Leute, wir haben jetzt offiziell das beste Pokémon. Schon wieder. Legend. Das ist das Duell der Duelle. Nein, da wurde ich zwar im Ernst. Was? Legend. Was haben wir hier so? Was ist das denn, Alter? Äh... Ort-Coupon. Ja. Jo, ich hab... Ich krieg jetzt ein Fahrrad. Aber das sind ja die nächsten Folge. Auswecker. Hm. Ne, das hebe ich mir für später auf. Und wir kriegen ein Duell. Level. Level 21. Der hier. Zack. Happy Tack. Nakel. So viel Dörzen. Dead Left. Das ist ja effektiv. Das ist ja effektiv. Traumatum. Wir können auch Legend einsetzen. Legend. Schnell. Komm zurück. Wir brauchen dich noch. Legend. Legend. Einfach so'n Scheiß-Papador. Ich will schon mich verarsen, Mann! Ja. Komm schon. Das sind... Piss. Ihr seid voll immer dasselbe. Nein! Oh Gott. Schnell Pokémon heilen. Nein, 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 nein. Pokémon heilen. So, weiter geht's. Mit Legend. Nein. Nein. Legend. Nein. Legend. Er hat es getötet. Ey. Das ist so spannend. Klasse. Was? Na okay. Wow. Dieser Kampf ist so spannend. Oh, ein Retter. So, komm schon, komm schon. Ja. Mars ist Level 13. Ja, ich weiß es. Das ist auf jeden Fall. Sehr gut! Okay, jetzt schnappen wir uns nicht schnell den Büchowall. X, abwärmen. Super Ball, Mars. Hier ist ein Stein. Fluchtseil. Alles klar? Alles klar? Oh nein, nicht schon wieder! War effektiver als ich dachte. So schnell hier le- Ein Relaxo. Ein Relaxo. Ein verdammtes Relaxo! Ein Relaxo! Ein Relaxo! Ein Relaxo!